Und Hallöchen und herzlich willkommen wieder bei dem nächsten Video von Minecraft, die geile Welt, welche ich habe schon erstellt und ja, hier ist ein Zombie, das wähle ich nicht, ach du scheiße, ach du scheiße. Ah stimmt, wir sind immer noch in diese gleiche, Alter, ah warte mal, neue Version, äh, heiß, ah, so wir haben eine 1.8.9 Version, also ich habe vergessen, weil ich habe immer zwei Profile, eine für die ganz neueste Version und eine für mein Server. Ja, wir haben eine Kuh, schön und toll, äh, aber wir brauchen zweite Kuh, eine Kuh ist irgendwo verschwunden und, ich habe gedacht, letzte Video irgendwo finden wir. Jo, verbrennen einfach, so. Äh, Kompass, Kompass, ach scheiße, Kompass haben wir ja nicht. Ah, ich hasse es, ich will sofort loslegen, kann ich nicht, weil irgendwas fehlt mir. Und das ist diesmal Kompass, super. Kompi, Kompi, Komp. So. Kompass, jo, das brauche ich. So, ich komme nach Hause. So. Ah, jetzt kaufe ich, ich brauche unbedingt noch eine Kuh. Wenn habe ich diese eine letzte Kuh, dann bin ich der glückliche Mann der Welt. Auf der Welt. In die Welt. Auf die Welt. Ich glaube, auf die Welt. Auf die Welt. So, hier ist eine Mühle. Oh, da ist Schnell, sehe ich schon. Äh, ich glaube, die müssen noch hochgehen. Ich gehe mal, wir sind die Dorfbewohner. Schwein. Oh, wau, 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 wau. Jo, ja, geiler. Hi. Eine Kuh. Eine fucking Kuh. Ich muss halt weit nicht gelaufen. Kuh, halt so, komm her. Komm her. Ich habe dich lebt, ich habe dich lebt. Endlich, endlich am her. alle kuh alle kühen hallo komm komm gehen wir hier ich liebe dich ja auch problem hier ist sie auf diese version muss man wenn so ein blöcke muss immer springen und weil diese anweser macht automatisch hallo kommst du komm her ja sehr schön komm zu papi nein nein nicht in die wasser nur ich muss kurz schauen weil ich weiß nicht wie ich laufe glaube ich gleich wieder richtig die machen jetzt liebe jetzt drei juhu endlich das wollte ich und was ich werde machen ist nämlich schaufeln ich glaube ich weiß noch weiter weil das erreicht uns im leben glaube ich nicht oder anfang schon weil bis wir schlagen können wir die kühe schlachten oder doch ich glaube schon lassen wir jetzt schauen wir lassen uns über das wenn wir essen knapp dann die weite ich bin ich dann so so jetzt ist finde ich schön die kühe wollten wir machen dann haben wir schon ich glaube ich fange mit dem weg zu bauen weil ich habe dabei meinten sie schon so so eisen und mit was will ich den weg bauen also habe ich hier auch holz erde nähe nicht so besonders ich glaube mit kiss mache ich das den weg finde ich besser wie viel habe ich küsse erz kohle holz dies genau zwei küsse ok sollte vielleicht noch klappen so mal sie aber mit kies man ja ich finde die wege mit kies sind irgendwie besser sehen bis aus so jetzt habe ich kein weg jetzt habe ich kein weg nach hause was mag ich passt und jetzt fängt richtig los an mit nein eine dach what the fuck erde ich habe einfach zu viel erde momentan fertig so habe ich vergessen diese seite noch das konnte eigentlich eigentlich mit dem stein machen weil später haben wir so haufen steine das ist abartig und schauen wir mal aber ich finde ich im lieb sieht besser aus was findet das scheinen kommentar ob ich finde auch so dass kies ist besser mit dem weg zu zeigen 20 und ich glaube ich wirklich gut aus ich habe gedacht ja mag ich finde ich auch wohl lange habe ich gemacht das ist wirklich besser aus nur kies kann man nicht so oft finden finde ich also war so jetzt müssen wir jetzt so machen so mutter machen ein bisschen weiter den weg schaufel wäre auch nicht schlecht finde ich ich glaube super jetzt kommt überhaupt nicht raus so das ist fehlt weg weiter ok so aha super die sind gewachsen schon hoffe ich nichts ist hier runtergefallen muss ich schauen kurz einmal 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 habe ich einmal super hier ist es ist noch wasser so hier hier dann nicht so noch mehr ist besser ok 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 lassen wir doch sieht gut aus finde ich und jetzt machen wir das hier ich muss sehr viel sammeln Grund ist weil ich später wenn wir wenn wir gebrauchen sehr viel davon muss ich kurz schauen das mache ich ja es ist schon gleich nacht das ist auch nicht so toll warte hier ah wunderbar wunderbar weil ich habe eine geile idee was kann ich heute oben machen das passt so perfekt sage ich euch weil ich beholt ich brauche holz weil oben da wo ich habe ich jetzt gerade geschaut das Findazione wenn wir hau verred akum und Diamanten wärst roh Erz 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 ach komm scheiß drauf ich weiß nicht brauche ich mal erst mal 20 das weg schmeißen super also hier habe ich vorgestellt 1 oder 1 2 3 4 so hier zu schauen gut so ja so würde auch gehen gut weil ich mache die fenster hier kaputt komplett mein grund werde weil ich hier will zu machen ich denke hey bist du blöd wieso machst du die fenster kaputt machst du noch hässlicher oder was nein weil ich sage euch gleich das ist einmal ein bestimmter grund wieso machen diese fenster kaputt und machen die wände rein weil ich hier auf diese platz noch mehr auf diese hier passt so weil hier werde ich bezauberte bezauber tisch werde hier oben ja so jetzt wieder ich muss so ich hier will verzauberte tisch machen deswegen hier werde so sein wo ich mir nur gut innen wie war das die bezauberte tisch aber erst mal brauchen wir unbedingt ein diamants spitzer sonst kann wir das nicht abbauen den tisch so ist es nacht genau dann gehen wir auf die mina weil ich habe keinen bock schon wieder gegen monster zu kämpfen äh jo ich habe volle sachen und ich gehe in mir super idee ja halb zur welt machen wir so wenn wir mal ein bisschen weniger so so runter und laufen wir stückchen stückchen immer und immer und immer weiter und immer 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 weiter so gut so 1 2 3 feide ich da einmal feier ich habe einmal aber keine wasser scheiße so eine diamanten ist ja geil 4 4 diamanten nice so brauche ich später ich brauche jetzt besser kann besser sehen jetzt dann später muss ich ein bisschen sortieren glaube ich ja meine schaufeln ist nicht so stark jetzt momentan also für diese vier diamanten mache eigentlich glaube ich keine spitzer äh golde spitzsäcke ist klar aber die man spitzsäcke aber abbauen 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 ich glaube schon irgendwas werde aber leider ist nicht so wie ich wollte hier noch da haben wir noch was ich weiß nicht wieso aber ich sammle alles ich sage schon diamanten diamanten ne eisen 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 und kaputt echt kaputt so so und oh gleich bald ist tag schon mein gott der zeit läuft so schnell weg abartig finde ich so äh ich brauche fackel oh mein augen tut weh wenn ich sehr lange nicht sehe nicht äh so sollte sein glaube ich sollte kalt ich habe ein kaltgelber kalt stück so mal ab zack 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 nix schade aber könnte ich schon weiter machen aber ich will nicht alter warum alles ja alles gehen weiter vielleicht finden wir noch was interessantes nein nein gar nix nee gar nix okay bauen auf andere seite super wir gehen weiter hier jetzt und fertig oh kohle hab ich gedacht findest hier kohle noch w eeio leid so hier haben wir noch so schauen wir mal vielleicht finden noch mehr aber wahrscheinlich haben wir nicht so viel glück könnte sein schade schade ist gleich tag ich mache nur diese reihe dann gehen wir schon zurück weil es ist schon da die nächste folge macht wie ein diamant spitzhacke und diamant schaufel das ist sehr sehr gute idee wenn ich gehe machen wir noch ambos da muss die nächste folge machen ambos und diamant spitzhacke und diamant schaufel in der nächsten folge wir werden was mit uns kraften so leute ich werde sagen in dieser stelle beenden wir und wir sehen uns nächstes mal ciao